Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video und wir haben unsere kleine Korrektur bekommen. Setze ich diese Korrektur möglicherweise fort, sehen wir möglicherweise noch Kurse unter 42.000 US-Dollar. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video etwas genauer anschauen, aus dem Bus in die neue Long-Positionen geplant. Auch dazu werden wir auf jeden Fall eine Antwort finden. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr wie immer kostenlos unten in der Videobeschreibung bzw. in der Kommentarspalte. So, jetzt würde ich aber sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit, denn ist doch ein bisschen einiges zu besprechen. Auch gestern so ein bisschen die Zahlen mal ein bisschen so Revue passieren lassen. Also Bitcoin momentan bei 43.500 US-Dollar. Wir sehen, wir haben jetzt dann leider nicht mehr unseren Short-Einstieg bekommen. Im Plan war ja gestern, wer sich noch daran erinnern kann, ich würde oder wäre gerne nochmal hier hochgekommen. In Richtung 44.500 hätte mir das hochgekrallt und dann eben dieser Short ist leider gestern nicht mehr dazu gekommen. Wir sind direkt aus diesem Symmetrical Triangle hier nach unten hin ausgebrochen. Dann bis auf knapp 42.800 US-Dollar gefallen ins Golden Pocket und dann eben nochmal diese Gegenphase eben nach unten hin. Und jetzt konsolidieren wir eben hier im mittleren 43K-Bereich und wissen auch nicht wie, was, wohin. Also Short für mich derzeit absolut tabu. Vor allem jetzt in dieser Zone leider. Wie gesagt, das wäre gestern hier die einzige Option gewesen, dieses Hoch. Und dann eben dieser Drawdown. Damit wäre ich d'accord gewesen. Jetzt momentan einfach wieder nicht. Wir haben jetzt natürlich gestern durch diesen kleinen Dump, den wir jetzt hier hatten, befinden wir uns weiterhin hier in dieser lila Konsolidierungszone, beziehungsweise in diesem lila Support. Wir haben aber auch einen größeren Wick hinter das mit einer schönen Vector-Candle. Und das Yesterday Low mit eben auch dem Golden Pocket befindet sich unten. Also wir haben hier einige Überschneidungen von den SMAs. Brauchen wir uns erstmal keine Gedanken machen. Ich versuche jetzt momentan wieder so ein bisschen Indikatoren ein bisschen aufzubauen. Aber momentan müssen wir uns da noch keine Gedanken machen. Pivots auch erstmal gar nichts. Und EMA Ribbon verlaufen hier direkt am Golden Pocket. Und darauf wollte ich eigentlich eher so hinaus. Nämlich auf dieses Golden Pocket hier unten. Wir machen die Ribbons wieder aus. Die brauchen wir jetzt gerade mal nicht. Und das auch nicht. So. Darauf wollte ich nämlich eben hinaus. Golden Pocket würde hier unten bei ungefähr 42.600 US-Dollar liegen. Das heißt, wir haben hier oben diesen negativen Retest gesehen. Und könnten jetzt den positiven hier unten in diesem Preisbereich sehen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir im Laufe des Freitags möglicherweise noch eben diesen kleinen Drawdown kriegen. In Richtung 42.600 bis 42.500 US-Dollar. Wir haben hier natürlich auch, da kann ich jetzt nochmal ganz kurz die Vector-Candles anmachen. Hier auch noch einige aufzufüllen in diesen Bereichen. Vor allem in den Einstunden-Bereichen. Und die werden ja meistens immer schneller gezogen. Und wir hatten ja gestern schon das Thema gehabt mit unserer Psy-Range, die ja auch erst hier unten bei 39.000 US-Dollar kriegt. Wo immer noch so ein bisschen mein Korrekturziel ist, was heute noch kommen könnte. Wir haben ja heute auch noch einige Zahlen, die auf den Markt kommen. Wir aktualisieren mal ganz kurz Investing. Schauen uns das mal ganz kurz an, was da heute noch so auf uns zukommt. Um 14.30 Uhr durchschnittliche Stundenlöhne, Stellenwachstum, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, Arbeitslosenquote und Arbeitslosenrate. Also da kommt heute noch eine Menge um 14.30 Uhr auf uns zu. Was hier in dieses ganze Skript hier einfach nochmal deutlich, deutlich mehr Bewegung reinbringen könnte. Und ich rechne irgendwie noch damit, dass wir jetzt bis vor Weihnachten eben in diesen Preisbereich hier nochmal runterkommen könnten. So um die 39.000 US-Dollar, um die ganzen zu frühen Longer hier möglicherweise noch zu rackten. Um möglicherweise, dass noch vor Weihnachten oder nach Weihnachten dann eine mögliche Rallye beginnt, bevor dann im neuen Jahr eben dieser ETF gelauncht wird. Das sind so die Gedanken, die wir momentan so ein bisschen rumschwirren. Deswegen heute kurzfristig rechne ich jetzt erstmal damit, die 42.600 US-Dollar-Marke erstmal zu attackieren. Und von hier aus dann möglicherweise in Richtung Doppeltop nochmal zu gehen oder sogar ein bisschen die Übertreibung in Richtung 46.000 US-Dollar. Das ist aber eine komplette Übertreibung momentan. Warten wir mal ab, ob das wirklich so kommt. Das ist jetzt kurzfristig jetzt erstmal drin. Long-Position hier unten geplant. Sollten wir zuvor doch nochmal irgendwie einen Pump sehen, das heißt doch nochmal hier in diesem Preisbereich von 44.500 US-Dollar kommen, dann werden wir hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen shorten. Weil ich rechne immer noch damit eher so ein Doppeltop und dann dieser größere Abverkauf. Ansonsten sollte jetzt hier eben jetzt kurzfristig dieser Dump hier reinkommen. Oder was heißt Dump, diese kleine Korrektur eben in das Golden Pocket. Ist das für mich einfach nur der Startschuss für eine noch größere Korrektur. Das heißt 46k sind dann möglicherweise nochmal drin, nochmal so dieser letzte Impuls nach oben. Und dann rechne ich aber stark damit, dass wir in den nächsten 1-2 Wochen auf jeden Fall nochmal hier in den Bereich der 39.000 US-Dollar kommen. Tiefer sollten wir nicht fallen. Wir haben hier auch ordentlich Unterstützung. Das sehen wir jetzt auch hier, ich mache mal ganz kurz das Fibblebe weg, auf Daily-Sicht. Wenn wir uns jetzt einfach mal hier diesen Preisbereich etwas genauer angucken, sehen wir auch, okay, vorher eben dieser radikale Abverkauf. Hatten hier ein bisschen den Struggle und sind jetzt impulsiv nach oben ausgebrochen. Gut, Volumen lässt sich darüber streiten, aber trotzdem, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine, so zwischen 37.500 und knapp 40.000 US-Dollar. Das ist auf jeden Fall mein Korrekturlevel, wo ich dann sehr, sehr wahrscheinlich auch, sollte das vor Weihnachten noch kommen, dann langsam aber sicher eine Long-Position aufbaue für einen möglichen Spot ETF, der dann, denke ich, im Januar auf jeden Fall kommt. Also das ist erstmal so der grobe Plan, wie gesagt, kurzfristig und etwas mittelfristiger mit den 40.000 US-Dollar. Mehr gibt es hier derzeit einfach nicht zu sagen. Gehen wir rüber zu Ethereum. Ethereum darf er komplett am Eskalieren und das ist auch der Grund, hatten wir ja die letzten Tage immer wieder besprochen, warum wir hier in keine Short-Position reingehen, weil wir bei Ethereum, wenn wir hier mal auf den Daily-Timeframe ganz kurz reingucken, einfach in dieser massiven Zone sind, die, wenn man sie sogar noch einfach ein bisschen übertreibt, sogar bis hier hoch geht in den 2700 US-Dollar-Bereich. Und das ist so ein Bereich, da würde ich einfach derzeit nicht shorten. Ihr seht, wie schnell es gestern gehen konnte, ohne wenn und aber einfach mal nur so eine fette, wo haben wir es denn, so eine fette knapp 7%-Candle kann Ethereum machen, weil wir hier kaum Widerstände haben, beziehungsweise kaum Widerstandszonen, die uns hier aufhalten. Deswegen only long, wenn sich hier irgendwelche long Ereignisse ergeben, sage ich jetzt einfach mal für uns, werde ich diese Chance auch versuchen zu nutzen. Und da könnte zum Beispiel, wie wir es gerade bei Bitcoin eben hatten im Gespräch, diese 42.500 US-Dollar-Marke bei Bitcoin würde dann bei Ethereum möglicherweise bedeuten, 2270, wir haben hier eine schöne 4-Stunden-Demand-Zone, die sich hier übereinstimmen würde. Wir hätten diesen ganzen Impuls von gestern mit einer Vector-Candle wieder aufgefrischt. Machen wir die Candles wieder aus hier mal ganz kurz und könnten dann möglicherweise in diese Zone korrigieren und dann den Trend nach oben in Richtung 2.700 US-Dollar fortsetzen. Das wäre die bullische Variante, die, wenn Bitcoin auch die bullische Variante natürlich ausführt, uns dort hochbringen würde in Richtung 2.700 US-Dollar. Ist sogar weiterhin so noch ein bisschen mein Primärszenario, bis wir hier ein tieferes Tief bilden und eine 4-Stunden-Candle unter 2.220 US-Dollar bilden. Das ist erstmal so grob der Plan. Vom Risk-Care werden jetzt die Risks natürlich auch etwas größer, wenn wir solche riesen Pump-Zonen haben. Aber 2,35% ist meiner Meinung nach noch absolut okay. Da können wir sogar zwei Trades auf jeden Fall draus machen. Also Aufwärtsbewegung ist auf jeden Fall intakt. Shorten würde ich weder bei Bitcoin in dieser Phase gerade noch bei Ethereum ebenfalls gerade nicht. So, jetzt blicken wir nochmal ganz kurz auf die US-Indizes. Hier hat sich, ihr habt es gemerkt, es kam gestern nichts in der Telegram-Gruppe, wo ich jetzt gesagt habe, ey, bist du short gegangen? Nein, ich bin noch nicht short gegangen. Das hat einfach damit zu tun, die Zahlen gestern, Folgeanträge, Erstanträge waren einfach wieder zu bullisch. Daraufhin die Märkte wieder einen Schwupps nach oben gemacht. Nicht nur der Nasdaq, sondern auch hier der S&P 500 und natürlich auch der Dow Jones. Also für mich, ich denke nicht mehr, dass wir diese Woche noch in diese Position reingehen. Ich rechne trotzdem weiterhin, es ändert sich nichts am Plan. Ich bin hier weiterhin komplett auf der Lauer. Ich beobachte den Chart hier gefühlt von früh bis spät und warte hier nur auf diesen Moment. Und auch der DAX sieht für mich rein gar nicht bullisch aus. So, das jetzt wollte ich jetzt nochmal dazu sagen, weil gestern eben keine Signale jetzt mehr dazu kamen. Warten wir erstmal ab. Freitag ist. Heute kommen um 14.30 Uhr sehr, sehr wichtige Daten. Wenn, werde ich wahrscheinlich vorher noch einmal short gehen. So, und ansonsten war es das gerne von meiner Seite. Wir hören uns dann später nochmal zu einem kleinen XRP-Update-Video, wie natürlich jeden Freitag. Und ansonsten Like dalassen, Abo dalassen, Telegram-Gruppe joinen. Und um 12 Uhr kommt mir eine persönlich wichtige Spotify-Podcast-Folge. Die haben wir gestern auch abends schnell aufgenommen. Also hört euch die gerne an und lasst auch da gerne ein Like und Abo da. Wir hören uns später wieder. Schönen Start ins Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Steck.